Wir schauen uns jetzt das Video Heike reagiert auf KuchenTV Heike reagiert auf KuchenTV hat Alpha Kevin groß gemacht und er will ihn jetzt klein machen Okay Wenn das mal nichts ist, liebe Freunde Ich hoffe, er macht mich jetzt nicht komplett klein Ich hoffe, Heike macht mich jetzt nicht klein Ah ne Ich war eigentlich ein großer Freund von ihm Bruder, wir sind alles Heuchler Okay Geht schon mal gut los Und du bist gefangen darin in der Bubble Kuchen In diese Doppelmoral-Bubble Es wird Zeit aufzuwachen Es wird Zeit aufzuwachen Oh Gott, das ist ja ein gutes Video Statement zum TikTok-Livestream und den heuschlerischen YouTubern Ganz YouTube-Deutschland hat es ja bereits breit getreten, weil man endlich wieder auf KuchenTV draufhauen kann, aber worum geht es überhaupt Ich habe letztes Jahr zwei TikTok-Livestreams gemeinsam mit KS3 Letztes Jahr, stimmt Big, Apo, Red und Leon Machère gemacht Junge, es tut so gut Am Anfang des Jahres Einfach vom letzten Jahr zu sprechen Auf jeden Fall hat Eifer Kevin gemerkt, dass man damit sehr gut Klicks machen kann Und hat mich in sein TikTok-Battle-Video mit eingebaut Wo er wichtige Informationen weggelassen hat Und genau dieses Video ist halt leider absolut viral gegangen Obwohl ich für andere YouTuber eigentlich Wisst ihr, was ich nicht fände? Okay, bevor er jetzt anfängt Okay, bevor er jetzt anfängt zu reden Für die Inkev-Zuschauer Ja, für die Inkev-Zuschauer Für die Leute, die es noch nicht wussten Ich habe ein Statement zu KuchenTV's Video abgegeben Ich will da ja heute gar nicht so krass drauf eingehen Aber ich habe ein Statement abgegeben Checkt das super gern ab Das ist auch eine Reaction, die sich aber Schon, würde ich sagen, lohnt Weil es nochmal eine ganz andere Sicht drauf zeigt Und dann wissen einige vielleicht auch zwei Seiten dann Einmal die KuchenTV-Seite und einmal meine Seite Wäre eine coole Sache, wenn ihr das abchecken würdet Ich verstehe, warum schießt die ganze Zeit Alpha Kevin gegen Kuchen Obwohl Kuchen ihn überhaupt groß gemacht hat Diese Undankbarkeit, ne? Boah, sehr hinterhältig, Alpha Kevin Ich gar nicht mehr existent bin Konnten auf einmal Leute wie Omi Der hat halt keine Ahnung Von der Beziehung zwischen KuchenTV und mir Und sagt halt Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt so richtig kenne Sagt halt, er hat dich groß gemacht Das habe ich einzig und allein Ausschließlich KuchenTV zu verdanken Ja, hinterhältig Die ganzen YouTuber sind Heuchler Die sind alle hinterhältig Und im Thumbnail packen Ziemlich komisch Jetzt, wo ich einen Fehler mache, existiere ich auf einmal wieder Aber bevor wir uns darum kümmern Warum habe ich diese Livestreams überhaupt gemacht? Alles Heuchler, Leute Das Ding ist ziemlich einfach erklärt TikTok eignet sich einfach am besten Das sind auch alles Mainstream Ihr wisst schon, ne? Das sind alles die Mainstreamer Die schwimmen alle mit dem Strom und ekelhaft Ja, also sowas Sowas finde ich eklig Zu der Zeit und ja, ich weiß, es ist erst drei Wochen her Lief YouTube wirklich mega schlecht Ich habe ja auch da Videos dazu hochgeladen, dass YouTube einfach wirklich alle meine Videos gelb schaltet Und auch wegen sonst was für komischen Gründen auch gelb lässt Obwohl die einfach gar nicht gestimmt haben Ich habe sonst immer mit KuchenTV Uncut alleine immer so 20.000 Euro eingenommen Das Ganze ist runter Ich glaube, bei dem Video kann ich mir heute schön was anhören Ne? Also heute, ich glaube, von heikel kann ich mir heute schön was anhören Äh, ich bin gespannt ...gegangen auf 5.500 Und das muss man sich mal überlegen Ich wollte TikTok einfach mal ausprobieren Das ist krass Ihr müsst überlegen, wenn bei ihm runtergegangen ist von 20 auf 5.000 Dann bist du ja, wie es bei mir ist Von, äh, 600 5.600 auf 200 Um zu schauen, ob das vielleicht eine Alternative ist Gar nicht unbedingt diese Battles, sondern einfach generell Ich kenne die Alternative für Deutschland Die wäre eine sehr gute Alternative Die Plattform nutzen, normale Livestreams machen und sowas Ich bin dann Leider irgendwie in diese Ich bin verwirrt, Leute Und dachte so, hey, probier das einfach mal aus Und guck einfach mal, was passiert Nach zwei Streams kurz nach Weihnachten Habe ich übrigens selber gemerkt Jo, keine Ahnung, das ist irgendwie halt gar nicht deins Und so möchtest du auch nicht im Internet wahrgenommen werden Was ich aber persönlich tatsächlich gar nicht so sehr nachvollziehen kann, ist, dass die Bestrafungen als so peinlich, erniedrigend und schlecht gesehen werden, die ich da gemacht habe. Ich habe schon immer Content gebracht, wo ich mich... Achso, übrigens, wovon ich auch verwirrt war, auch schon, als ich das erste Mal gesehen habe, ne, ich meine, das ist Geschmackssache, aber der Pullover sieht ein bisschen, weißt du, ey, der ist von Scotch und so, da weißt du, das ist bestimmt so ein arschteurer Pullover, aber der sieht aus, als hätte der halt so Dreckflecken, aber vielleicht sieht es auch einfach nur so aus wegen der Belichtung oder so. Aber man denkt halt, der ist halt so nicht gewaschen und deswegen ist das so vollgeschwitzt und voll dreckig und so. Ist aber natürlich kein Hey, hey, das sieht vielleicht ein echtes, der Pullover bestimmt besser aus. Ich habe mich ernst genommen, es gibt Bilder von mir in Kleidern, in Frauen-Dessous, ich habe mich von meiner Ex-Freundin schminken lassen, habe in Schleim gebadet, habe das Outing-Video, was ich damals kritisiert habe, mit Miguel Pablo selber nochmal parodiert und habe mir nach einer verlorenen Challenge die Haare färben lassen, was lustigerweise aber irgendwie nicht funktioniert hat. Also mal, bei allen peinlichen Aktionen, die ich so gemacht habe, finde ich, ist sich selber hauen oder ABK zu stöhnen, eigentlich noch ziemlich human, zumindest wenn man mal guckt, was ich sonst so im Internet gemacht habe. Jungs, ich hatte beim 24-Stunden-Livestream ein Elsa-Kleid an. Ich kann zu 100% verstehen, dass man das peinlich und cringe findet, finde aber, dass hier wirklich deutlich mehr draus gemacht wird, als es im Endeffekt ist, denn ich habe halt zwei Livestreams gemacht und das war's. Was ich aber natürlich zu 100% nachvollziehen kann, es ist halt TikTok, es sind vor allem diese TikTok-Live-Battles, wo es, und das muss man ja auch einfach so sagen, es nur darum geht, so viel Geld von seinen Zuschauern zu bekommen wie möglich. Dazu habe ich natürlich auch mit Leon UppRed und KSFreak gelivestreamt, die alle sehr krass auf der negativen Seite sind. Und mir ist natürlich klar, dass das gerade für einen KuchenTV jetzt nicht unbedingt das Niveau ist, auf das man sich herabbegeben sollte. Und da kann ich auf jeden Fall verstehen, wenn Leute irritiert gewesen sind, das tut mir auf jeden Fall leid und wie gesagt, mache ich das auch nicht mehr und habe das auch nie aktiv gemacht. Ich weiß, dass das auf jeden Fall unter meinem Niveau ist. Es tut mir leid, dass ich diese TikTok-Livestreams gemacht habe. Ich bereue es Kind... Warum hat er sich selbst geschlagen? Seit wann feiert er Aschura? Dass Sklaven aus der dritten Welt gekauft sind. Aschura? Ich bin schon los. Ich sage, dass ich es bereue. Nicht, dass du aufhören darfst. Und während... Ich mag leider sowas. Tut mir leid, Leute, was ich gelacht habe. Das ist mir ein Kölfer. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Wenn man auf TikTok passieren, entscheidet man sich dazu, KuchenTV... Wer ist dieser Typ mit seinem Schlee im Hintergrund? ...zu thematisieren? Also, wo ist der Sinn, auf jemanden... Sieht aus wie eine Abtreibung von Unge. ...rumzuhacken, der seinen Fehler schon eingesehen hat. Wo ist der Sinn darin, auf jemanden rumzuhacken, der viel weniger schlimm auf TikTok unterwegs ist, als die anderen? Ich sehe ehrlich gesagt den Sinn darin nicht, KuchenTV jetzt noch dafür zu kritisieren. Kritik soll ja zu Einsicht führen, aber wenn der Kritisierte ja schon längst einsichtig ist... Wofür braucht es dann die Kritik? Hey, bitte, Alter. Dieser Typ wieder redet. Was für mich halt so wirkt, als ob man einfach die Chance wahrgenommen hat, nochmal gegen KuchenTV schießen zu können. Was ich aber viel schlimmer finde, er hat das Ganze wirklich extrem runtergedrückt wiedergegeben... ...beziehungsweise hat dadurch wichtige Informationen weggelassen. Wenn man sich das Video von Alpha Kevin so anguckt, dann sieht es so aus, als wäre das jetzt mein aktiver Content auf TikTok. Als würde ich das den ganzen Tag machen. Ich habe super viele Nachrichten und auch Fragensticker bekommen, die mich gefragt haben, warum ich denn sowas jetzt auf TikTok mache. Also aktiv in der Gegenwart, so als ob ich das die ganze Zeit machen würde. Ich habe auch ein, zwei Leuten geschrieben, dass das halt schon länger her ist und ich das nicht aktiv mache. Und die haben auch gesagt, dass sie das dann halt verstanden haben, weil Alpha Kevin das halt so wiedergegeben hat. Dazu stellte es so hin, als hätte ich mich von denen einfach extrem erniedrigen lassen und als ob das einfach so Mobber wären, die jetzt einfach mit mir machen durften, was sie halt wollten. Was ja aber weglässt ist, dass ich die meisten Battles gewonnen habe. Ja, ich habe ja in meinem Video, habe ich ja gesagt, siehst du, das habe ich gar nicht das letzte Mal gesagt. Ich habe ja gesagt, es wirkt so, als wären das die größten Mobber. Es wirkt ja auch. Also ich glaube, viele haben ja auch an dem Punkt zugestimmt, dass es einfach wirkt, als wären das Mobber und die würden jemanden demütigen wollen, so das Opfer demütigen wollen. So wirkt das halt. Schwierige Angelegenheit, schwierige Angelegenheit. Also, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich danke dir für den Support. Keine Ahnung, ich gucke jetzt nicht so oft Heikel. Und das, was ich bisher von Heikel gesehen habe, war so Mobbing Richtung Jasmin Azizam und das war jetzt nicht unbedingt das Positivste. Wir einmal so ein Glas mit sechs Zutaten trinken und Ivo, den ihr da gerade seht, der musste einfach ein Brot mit Zahnpasta essen. Was ich persönlich schlimmer finde, als Abby Kate zu stöhnen. Sowas nennt Alpha Kevin in seinem Video allerdings nicht. Er hat es wirklich so dastehen lassen, als wäre ich das komplette Opfer, was aber einfach nicht der Pfand. Alpha Kevin hat das doch auch bei mir versucht oder Kaiser. Das sind hinterhältige Menschen, Leute. Wirklich sehr, sehr großen Abstand um solche Menschen. Hä, warum ist denn das hinterhältig? Hab ich irgendwie, bin ich befreundet mit Heikel, weshalb das hinterhältig sein würde oder so? Hab ich irgendwas verpasst, dass ich irgendwie Heikel in Schutz nehmen müsste oder so? Wenn er Scheiße macht, dann kritisiere ich es halt. Er kritisiert doch auch jeden Scheiß. Ihr wisst, ne, ohne Kuchen wird es Alpha Kevin gar nicht geben. Aber jetzt... Junge, Alter, wirklich, er hat gar keine Ahnung, oder? Oder solche Menschen. Was? Ihr wisst, ne, ohne Kuchen wird es Alpha Kevin gar nicht geben. Aber jetzt denkt sich Alpha... Ey, er hat sogar keine Ahnung. Er hat sogar keine Ahnung. Ey, das Bild ist wild. Ey, guck mal, ohne ABK wird es dich nicht geben. Ja. Ohne allen anderen wird es dich auch nicht geben. Ja, ey, ey, das ist einfach sehr, sehr stark. Kevin, boah, ich bin jetzt größer als KuchenTV. Also... Ich bin auch nicht größer als KuchenTV. Ja, KuchenTV, der hat immer noch deutlich mehr Reichweite als ich. Keine Ahnung, was hier los ist. Beziehungsweise, ich mache mehr Klicks als er momentan. Ne, ich mache auch nicht mehr Klicks als er. What the fuck, Alter. Er macht sich halt... Weißt du, er macht sich null Gedanken. Hat wirklich gar keinen Plan. Und denkt sich so... Oh ja, jetzt... Oh ja, jetzt gibt's Bief. Jetzt kann ich mal noch mit reinhalten hier. Dies, das. Ja, ja, gut, heikel. Das, das... Ich sag mal so... Informieren es jetzt aber auch nicht so die größte Stärke von dir, schätze ich mal. So. Äh, jetzt versuche ich ihn runterzudrücken und fertig zu machen. Das ist schon echt hart. Dass ich nicht mal nach Spenden gebettelt habe, sondern meistens einfach, wo ich da saß. Wie zum Beispiel hier. Ey, Leute, alles mal zwei rein! Mal zwei, let's go! Mal zwei jetzt oder nie, Mann! Weiß zufällig jemand, ob Krabbi auch schon auf TikTok ist? Nein! Rein da in die Olga, Mann! Mal zwei, mach dir, Mann! Bleibt einfach... Ey, KS, äh, Leon und ApoRed sind echt cringe auf TikTok. Mega cringe! Mal zwei, Digga, was? Wollt ihr mich ficken? Leute, mal zwei, let's go, let's go! Ja, na, danke! Die meiste Zeit, wo dieser Ibo da war, haben wir einfach zu zweit ein bisschen über TikTok geredet, während... Aber ich frage mich, hat denn das ein Leon Machère nötig? Das checke ich nicht ganz. Also ein Leon Machère, der hat das doch niemals nötig. Ey, der muss doch so viel Geld haben. Warum macht man sowas? Ich bin wirklich verwirrt, weil... Als ob man, wenn man genügend Geld hat, sich dann in den Livestream hinsetzt und sowas nötig hätte. Das ist... Ey, keine Ahnung, Mann. Ey, was ist mit den Leuten eigentlich da los? Ne, bei ApoRed, okay, wir wissen ja über seine finanzielle Lage relativ gut Bescheid. Aber bei dem Leon Machère ist er genauso. Also hat er auch irgendwie... Ist er auch komplett falsch abgebogen, was es finanziell angeht? Ich verstehe das nicht. Leon Machère, ApoRed... Nein, der ist einfach dumm und braucht Bestätigung. Möglich, das wäre eine Alternative hier. Und KSW, wie auch immer zu der Zeit da war, einfach extrem gebettelt hat. Und ja, das ist für mich eine wichtige Information. Denn bei diesen Live-Matches ist es eigentlich normal, dass man halt bettelt. Und zu erwähnen, dass man das dann nicht macht, hätte ich persönlich sehr wichtig gefunden. Ich kann euch auch genau sagen, warum diese Sachen es nicht ins Video geschafft haben. Wahrscheinlich, weil Alpha Kevin mal wieder nicht vernünftig recherchiert hat. Alle Videoausschnitte, die von mir im Alpha Kevin Video sind, hat auch RootK bei sich benutzt. Weil Alpha Kevin gar nicht weiter recherchiert hat. Der hat nicht geguckt, okay, was ist im Stream sonst noch super... Nein, 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 jetzt hat er eine dumme Aussage getroffen. Er hat recherchiert, hat das gesehen, aber absichtlich weggelassen, weil er sich dachte, nee, das kommt ja natürlich nicht gut bei einem Kritik-Video, ne? Dann gucke ich das Video und denke mir, ja, aber hä, da ist doch auch das Gegenteil von dem, was du sagst. Macht ja keinen Sinn. Ja, aber wo ist denn das Gegenteil? Das Gegenteil wäre ja, wenn KurenTV gesagt hätte, oder direkt im Stream noch gesagt hätte, ich distanziere mich davon, das war voll der Quatsch. Er hat keine, er hat wirklich, ich sag euch ehrlich, ne, Heikel hat keine Ahnung, ne, der weiß gar nicht Bescheid über die Thematik, weiß er nicht Bescheid. Das Einzige, was er jetzt versuchen will, ist einfach noch mehr Streit anzustiften. Nochmal reinzufeuern, ja, einfach sinnlos reinfeuern. Der hat keine Ahnung von irgendwas, aber Hauptsache nochmal Öl ins Feuer gießen, um einfach den Beef richtig groß werden zu lassen, ne, obwohl es gibt halt keinen Beef, aber einfach nochmal, um die Spannung nochmal größer zu machen zwischen KurenTV und mir. Das ist das Einzige. Nur deswegen, ja, nur deswegen positioniert er sich jetzt auch voll auf KurenTV Seite, weil, yeah, wir sind die Jeuchler, ja. Ja, gut. Ich finde es aber auch lustig, by the way, ne, dass Heike, ABK und, äh, Abdel, ich meine, es sind viele, Hicham und so weiter, die stellen sich oftmals auf die Seite von den Leuten, die schlechter dastehen, weil sie wissen, die bekommt dann halt vielleicht die Person auf ihre Seite oder ich weiß nicht warum, aber das sieht man hier halt offensichtlich, ne. Naja, gut, okay. Also das war ja auch damals bei Miguel Pablo so, bei Abdel so, bei, das war ja ganz vielen so, ne, oder Detsbekir, Yunus, Amiri und so weiter, ähm, dass die, die eigentlich immer dumm gemacht wurden, dann plötzlich zu, zu sich geholt wurden, ne, dass, dass, ach, keine Ahnung, dass man eine größere Army irgendwie erzeugt, ich weiß nicht, was, was da der Sinn und Zweck ist. Ne, Hauptsache, das, was, oder diejenigen, die gerade ein bisschen schlechter dastehen, ein bisschen pushen, damit man die auf seine Seite holt, ne, weil, könnte ja nützlich sein. Ich zeige, worauf er Bock hatte. Einseitige Berichterstattung. ...ich aber einfach sehr, sehr schade finde. Jetzt, wobei mir nicht mehr läuft, nutzt Eifer Kevin wirklich jede Chance, um es unterzumachen, beziehungsweise sich selber damit hochzuziehen, als bei Eifer Kevin wirklich gar nicht lief. Und er 5.000... Krass, genau das, was ich gerade gesagt habe. ...1000 Klicks pro Video. Okay. ...was gemacht habe. Habe ich das mit den Videos gedreht, ich habe ihn bei Twitch geradet, ich habe ihn gestürzt, ich habe auf ihn reagiert und so weiter, weil ich ihn einfach menschlich korrekt finde. Ich hatte davon ja wirklich gar nichts und hätte ihn auch einfach fallen lassen können. Kaum läuft bei mir, aber nicht mehr. Und er kann diese Vorteile nicht mehr mitnehmen, kommt ein Video nach dem anderen. Ständig fronzt, ständig draufhorn, auch noch mit weggelassenen Informationen. Boah, das ist schon hart hinterhältig von Alpha Kevin. Das ist schon wirklich eklig, Leute. Seid euch vor, dass Sammy würde das bei ABK machen. ABK hat ihn gepusht, hat ihn groß gemacht, so, oder hat dabei geholfen, dass er auf Twitch eine sehr starke Reichweite hat und auch auf YouTube. Hat ihm seinen Kanal sogar geschenkt damals. Darf man auch nicht vergessen. Und Sammy würde jetzt gegen ABK schießen. Okay, bei ABK läuft es immer noch, aber so, ABK steht ja so... Das ist exakt die gleichen Verhältnisse einfach. Als würde ich einfach aus dem Nichts, ja. Als würde ich einfach aus dem Nichts sowas machen. Ey, das ist so wild einfach. Das ist so stark. Das war's in der Kritik momentan bei diesen ganzen Alman-Influencern, die einfach gegen ihn schießen. Naja, Kuckuck ist auch so, aber egal. Er hat halt auch gar keine Ahnung, so. Heikel hat wirklich, aber auch bei vielen Themen, so. Er hat so gar keine Ahnung, aber halt eine Meinung, wo er irgendwie polarisieren will, ja. Egal, wie viel Schwachsinn er erzählt, ne. Irgendwie versucht er halt damit, ich weiß nicht, ob die Reichweite generieren, oder ich weiß nicht. Aber irgendwas ist hier ein bisschen Quatsch. Das wäre schon wirklich sehr eklig. Sehr, sehr eklig. Er hat wirklich gar keine Ahnung. Er hat null Ahnung, auch wie das Verhältnis damals war. Ja, also ich kann euch auch sagen, vor einem Jahr, als die Streitigkeit zwischen KuchenTV und mir war und ich mit ABK halt trotzdem cool war, da kann ich euch sagen, hätte ich genau weiter die Videos gemacht, hätte Heikel mir die ganze Zeit zugestimmt und gesagt, ja, Feuer weiter gegen KuchenTV, weil KuchenTV können wir nicht leiten, ja. Aber nur weil jetzt die Beziehung zwischen KuchenTV und mir jetzt schon seit langer Zeit mehr zerbrochen ist und KuchenTV jetzt auf der schlechteren Seite steht, positioniert sich Heikel auf KuchenTV, auf KuchenTV Seite. Weil es ist halt, man muss sich halt immer mit der Seite solidarisieren, die halt gerade schlechter dasteht. Ich weiß nicht, warum die das machen, aber egal, wie wenig Sinn das ergibt und so weiter, das ist einfach so. Ich verstehe es selber nicht. Dass ich in der Meinungsbloger... Warum ist jetzt das Licht aus? Das ist eine große Frechheit. ...Szene sowieso gerade nicht so beliebt bin und er so sehr viele Sympathie-Plus-Punkte sagt. Ja, Bruder, also ich bin jetzt nicht der beste Freund von Kuchen, aber ich versuche mich in seine Lage zu versetzen. Also aus seiner Sicht, in seiner Bubble ist halt Alpha Kevin so gesehen wie sein Best Friend gewesen. Und dass er ihn so stark in den Rücken... Das Licht ist gerade aus. Irgendwas ist hier flinken, Kai. Hä? Ich check's nicht. Okay, also Konefa und ich, wir sind Best Friends, okay. Naja, aber siehst du, weißt du, deswegen, ich wusste es davor auch nicht. Ne, zumal Konefa ja gesagt hat, dass wir keine Freunde sind, sondern nur Kollegen sind. Aber sieh, das wusste ich nicht. Also da bin ich auch einfach einem Heikel sehr dankbar, dass er jetzt mir endlich sagt, dass wir Best Friends waren. Gefällt's. Also normalerweise müssen wir... Das ist halt auch so geil, weil KuchenTV ja derjenige war, der damals auch gemeint hat, dass wir halt eben keine Freunde sind. Und er sagt jetzt so, ja, also ja, KuchenTV und Alpha Kevin, weißt du, die waren ja so Best Friends in der Meinungsbürger-Bubble. Ja, offensichtlich nicht. Zerstören. Sammeln kann. Wenn er die Kritik wenigstens vollständig wiedergegeben hätte, wäre das ja irgendwo noch in Ordnung gewesen. Aber das so runtergebrochen wiederzugeben, um mir zu schaden, finde ich persönlich einfach schwach. Lustigerweise hat Firegoden im KuchenTV Exposed über Alpha Kevin was ähnliches gesagt. Ich hatte übrigens nie großartig was von Kooperationen mit dir, weil du deutlich kleiner warst als ich und genau dasselbe gemacht hast. Wieso hätte ich dich als direkte Konkurrenz, die 1 zu 1 in meinem Videostil hatte, pushen sollen? Wieso hätte ich dir Aufmerksamkeit schenken sollen? Ich sag's dir, weil du zu dem Zeitpunkt korrekt zu mir warst. Jetzt ist es ja offensichtlich nicht mehr so. Auch der hat ihn die ganze Zeit unterstützt. Als ich dann... Ja gut, das ist halt eine falsche Darstellung von KuchenTV leider. ...Beef mit Firegoden hatte, war Alpha Kevin aber sofort auf meiner Seite und ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er das nur gemacht hat, weil bei mir mehr Reichweite zu holen ist. Ich bin schon der deutlich coolere Typ als Firegoden. Aber es ist auf jeden Fall auffällig, dass sowas in seiner Karriere immer wieder passiert. Ich bin keiner, der übertrieben Loyalität schreit, wie zum Beispiel ein ABK. Aber man muss doch seine Kollegen nicht jedes Mal ins Bein schießen, wenn man die Möglichkeit hat. Oder würdet ihr eure Kollegen jedes Mal verpetzen, wenn ihr daraus einen Vorteil ziehen könnt oder wenn die einen Fehler gemacht haben? Nein, natürlich nicht. Zu viel Loyalität... Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Ist schlecht, aber zu wenig. Er kann es nicht aussprechen, weil er keine Loyalität besitzt. Ah. Ich ist auch verkehrt. Vor allem, wenn ich das Ganze ja schon eingese... Oha, er hat gerade KuchenTV gefrontet, hätte ich nicht gedacht. ...sehen habe und nicht mehr mache. Das kommt ja auch noch dazu. Das war ja nie so, dass ich das aktiv durchgezogen habe. Und hier nur mal zum Vergleich, was mir just... Ich mag Moneten. Anni. Alter, Hemli, stell dir das vor. Anni. Vielen lieben Dank für die 100 Bits. Schön, dass du hier bist. Grüß dich. Ero gesagt hat. Ich bin hier jetzt mal ehrlich. Ich bin irgendwie am Überlegen, ob Kuchen nur versucht, in die AVK-Bubble zu kommen und die dann versucht, Hubs zu nehmen. Also stell dir vor, das ganze Konstrukt wäre ein soziales Experiment, das ist ja so ein fetter Plotwist. Sick. Ja. Ich wollte auch ein Video zu diesen TikTok-Live-Battles machen. Aber ich mache das jetzt nicht, weil du, Trottel, das auch gemacht hast. Sonst müsste ich halt über dich reden. Das will ich halt nicht. So. Du hast, glaube ich, gerade genug Stress. Deswegen mache ich darüber nichts. Ja, das stimmt. Das war Kuchens Satz immer. Warum soll ich meine Freunde nicht kritisieren? Jetzt sagt dir, man sollte nicht jeden Fehler auf die Goldwaage legen und gegen einen schießen. Aber guck mal, da siehst du ja, man sehnt, was man erntet. So gesehen. Was man sehnt, was man erntet? Gegen einen schießen. Aber guck mal, da siehst du ja, man sehnt, was man erntet. So gesehen. Wenn du dich mit solchen Leuten umgibst, aber es ist trotzdem hart, Bruder, weil er hat ja wirklich Alpha Kevin gepusht damals. Ich kenne ja Alpha Kevin durch Kuchen. So. Aber jetzt, was Alpha Kevin halt abzieht, ist schon hart. Ich brauchst jetzt auch nicht sagen, ach, kannst du machen? Nee, mach ich nicht so. Ich habe ihn dann doch übrigens einfach auch zu viel gesehnt einfach. So überredet, das zu machen, weil ganz ehrlich, es wäre jetzt dumm, deswegen kein Video zu diesem Thema zu machen und das Thema wird bei ihm auch gut laufen. Das grüßt dich. Aber sowas ist zum Beispiel einfach mega korrekt, obwohl ich auch mit Just Nero nicht so viel zu tun habe. Nein, nein, man sehnt, was man erntet, nicht man erntet, was man sehnt. Oder hier, was mir zum Beispiel ein Kaiser geschrieben hat. Auch der hat gefragt, ob es in Ordnung ist, wenn er das in einem Video erwähnt. Ja, Kaiser ist ein Heuchler. Ja, ist ein Heuchler, weil der hat ein Video gegen mich gemacht. Der merkt es selber, ist ein Heuchler. Kein Stress, ich bin korrekt zu dir. Man ist instant ein Heuchler, wenn man ein Video von jemandem abbekommen hat. Das hat auch eine wilde Nummer. Hä, aber dann müsste doch Kuchen.dv auch ein Heuchler sein. Warum ist ein Kuchen.dv kein Heuchler? Der hat schon viel mehr Videos zu dir gemacht, Heike. So, ich möchte jetzt keinen Stress machen. Das ist nur so eine private Information, die ich haben möchte. Kranker Hund, ja passt. Ich stürze eh nicht, wenn ich reinnehme, ne? Gell? Dieses Fragen, also er will es unbedingt reinnehmen, um zu zeigen, guck mal Leute, ich kritisiere auch Leute, mit denen ich gut bin. Kaiser ist hinterhältig. Vertraut mir. Er ist hinterhältig. Ich verstehe auch, Kaisers Funktion auf YouTube nicht. Ich finde seine Videos schlecht. Die sind... Ja, schön für dich, ja. Also scheinbar finden das mehr als 100.000 Leute nicht so. Und er hat halt, und der Erfolg gibt ihm halt auch einfach recht, dass Leute seine Videos gern anschauen. Ja, also Kaisers Funktion ist wahrscheinlich eine größere als du hast, Heike. Und das irgendwie auch zu Recht, weil ich finde deine Videos bis jetzt auch noch nicht so gut. Durchweg einfach nur Schrott. Ja, richtig. Durchweg einfach nur Schrott. Deswegen hat er sehr viel Erfolg und binnen von einem Jahr ist er größer als du, Heike. Und das ist halt irgendwie, da sollte man sich vielleicht Gedanken machen. Oh Gott, er ist einfach so... Wenn er so scheiße ist. Sonic, hallo. Und den kann ich nicht mal privat. Ich schreibe mit dem auch nicht aktiv. Alpha Kevin habe ich schon mehrfach privat getroffen und wir haben schon einiges zusammen gemacht. Und nur weil ich hier Alpha Kevin kritisiere, weil ich von ihm halt einfach enttäuscht bin, werde ich safe wieder für dieses Video Hate bekommen, weil man mir gar nicht zuhört und jetzt irgendwie sagt, ja, du willst dich nur rausreden. Die Leute wollen mir auch in dem Punkt gar nicht zuhören. Sie sehen mich jetzt am Boden, sehen, dass ich einen Fehler gemacht habe und wenn ich dann irgendwie andere kritisiere, ich finde es nicht mal schlimm, Leute, TikTok Live Matches, es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes. Solange meine Kollegen das machen, ja, ist das nichts Schlimmes. Wenn die das nicht machen, ist das heuschlerisch. Das sind dann die Heuschler, ja, die geldgeilen Heuschler, ja, die da ihre Seele verkaufen und alles Mögliche, ja, komplett ekelhaft sind. Aber solange da meine Kollegen sind, ja, sind TikTok Live Matches einfach voll okay, voll in Ordnung, ja, voll entspannt. Also mich würde mal interessieren, ob man genauso geredet hätte, wenn ABK, ApoRed und so weiter nicht dort wären. Du battelst natürlich, ne, wenn du sagst, ey Leute, bitte, bitte, ja, kommt jetzt nochmal und dies und das, so. Okay, okay, also, Front an ApoRed und ABK, oder wie? Sonst kannst du Live Matches oder ApoRed, ich weiß nicht, ob ABK das so gemacht hat, aber an ApoRed. Jetzt haust du dir den Kopf gegen die Wand. Das ist doch, das ist doch genau der Sinn dahinter, diese Unterhaltung. Der Verlierer, also wenn man das vorher abspricht, der Verlierer muss das halt machen, so. Dass er sich da selber noch ernst nehmen kann, ey. Bringst du die Leute dazu, zu spenden. Aber das ist ja die Funktion, das weiß ich ja als Zuschauer. Wenn ich jetzt reingehe und mir Varello angucke und dann sehe ich, er hat ein Battle und ich mir denke, boah, ich habe jetzt Bock, dass Hamid Khan verliert, dann spende ich jeden von, also, wenn ich Bock habe, spende ich jeden von denen, damit diese Person verliert. KuchenTV spendet 4,20 Euro. Eigentlich liebe ich dich kleiner als drei. Ja, ey, ich dich doch auch, weißt du. Ich dich doch auch. Ich weiß, dass KuchenTV das nicht gespendet hat, aber ich danke dir. Ich liebe dich doch auch. So. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie Hass aufeinander haben. Deswegen Dankeschön. So, es ist doch meine Sache. Dann geh nicht auf TikTok, dann guck dir kein TikTok an. Wisst ihr, warum die das machen? Weil die auf TikTok... Hast du das mitgekriegt? Warte, ich muss ja kurz auf den Link klicken. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht gescammt von Kuchen. Ja. Das habe ich noch nicht angeguckt, aber das habe ich in meiner Playlist. ...währen. Diese ganzen Leute, die das kritisieren, die würden sich auf TikTok niemals durchsetzen. Achtet einfach darauf, ein Unge, ein, hat Trimax darauf reagiert, ein Stay und so. Die wären auf TikTok so unsympathisch, unlustig, gar nicht unterhaltsam. Ja, aber das zeigt ja einfach das Niveau dieser Plattform. Das zeigt einfach das Niveau dieser Plattform, ja. Weil ein Stay halt eine Community hat, die nicht auf den Kopf gefallen ist, ja. Stay hat wahrscheinlich eine Community, die ziemlich alt ist. Also von, wahrscheinlich schon von jung bis alt, aber meistens, ich sage mal so, seine Zielgruppe wird ein bisschen älter sein. Und dementsprechend ist es halt ganz klar, dass er eine Zuschauerschaft dann auf TikTok hätte, die gar nicht zu ihm passt. Einfach, weil es an ältere Leute gerichtet ist. ...person, die mich allerdings... ...was Stay war Freitag, aber auch auf TikTok live. Oh, ich habe starke Schmerzen. ...noch mehr enttäuscht hat ist tatsächlich Unge. Und hier kann ich auch einfach zeigen, was er für ein... ...heuchler ist. Ich habe nämlich auf Instagram... So, warte. ...enttäuscht hat ist tatsächlich Unge. Und hier kann ich auch einfach zeigen, was er für ein... ...was er für ein... ...heuchler... ...was er für ein... ...was für ein Heuchler? Ey, das hatten wir glaube ich schon bei Kukumis mal ausglamüsert, was das... ...was er hier sagt. Was hat er denn hier zensiert? Was er für ein... ...was er für ein... ...heuchler ist. Verdammter? Scheiß? Ja, aber Gottvergleich, ist schon wieder fast zu... ...eine Person, die mich allerdings noch mehr enttäuscht hat, ist tatsächlich Unge. Und hier kann ich auch einfach zeigen, was er für ein... ...heuchler ist. So schwer. Ja, so schwer. Nee, er macht aber nicht dieses SCH. Der macht nicht... ...sch... ...dummer vielleicht. Uh, dummer kann's sein. Hallo, ich mag Moneten. Najib unterstrich rief ...Scheat X200. Steiß Aussagen über Religion waren echt respektlos. Seitdem mag ich ihn nicht mehr. Dankeschön für die 200 Bits. Äh, ja, ...stay ist, was Religion angeht, sowieso sehr, äh... ...sehr heikel. Ja. Der feiert Religion nicht ganz so sehr. Kann ich auch einfach zeigen, was er für ein... ...heuchler ist. Nee, dummer sagt er nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ver... ...verdingster? Okay, kann sein. Klar ist. Ich habe nämlich auf Instagram eine Story über ihn gepostet, auf die er reagiert hat, im Stream. Und dazu sagt er folgendes. Ich mache wichtige Videos über Uiguren, Body positive Casino. Unge, ich mach einen uncoolen Stream auf TikTok. Unge, guck mal, die riecht sich für Geld. Plötzlich kann man doch wieder auch Dinge von mir reakten. Also erstmal gucken, ich hab nichts von dir reaktet, sondern ich hab etwas von Rutgay reagiert. Digga, mal guckst du was an. Du warst ja nicht mal, äh, du warst ja nicht mal alleine da drin. Da ging's auch um ABK, äh, gibt's auch um, äh, ABK, um ApoRed, um Monte, um... Häuschloh, äh... Häuschloh, das ist alles Häuschloh. Ach stimmt, das war ja gar kein Video von mir, sondern von Rutgay, du hast natürlich recht. Ja, äh, wie war das? Sehr vergangen... Möglich, möglichst, dass es so ist, ja. Vielen Dank für den Sub, auch NGI. Vielen lieben Dank. Sehr, sehr starke Schmerzen. Für die besten Dank. Ey, ich hab dir zu danken, ey, Mann. Vielen lieben Dank. Noch mal vor ein paar Monaten, als du Folgendes gesagt hast. Die hab ich auch geantwortet. Also, ähm, Marlon, ich guck mir nichts von KuchenTV an und weil in ABKs Video KuchenTV drum vorkommt, ich möchte mit KuchenTV auch nichts zu tun haben. Ah, du willst auf nichts mehr reagieren, was irgendwas mit mir zu tun hat. Das ist... Bruder, ey, sind alles Heuschler. Es war so klar, dass er Heuschler sagt. Ey, wirklich, ich wollte gerade schon bedicken, dass er jetzt gleich Heuschler sagt. Und du bist gefangen darin in der Bubble-Kuchen. In diese Doppelmoral-Bubble. Es wird Zeit aufzuwachen. Es wird Zeit aufzuwachen. Das ist ziemlich komisch, weil in dem Video... Free and rotate. Es wird Zeit... Ey, die Matrix ist gegen dich. Ich mag Monette. Es wird Zeit. Wach auf! Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ja, die habe ich wirklich. Admiral, danke dir. Das sind alles Heuschler, Leute. Leute, pro Heuschler in den Short, okay? Ging es doch um mich? Ich kann das nicht, weil wegen Drunk-Streamer zu gehen. Und wenn es doch auch um ApoRed, Leon Machère, KSV und so weiter geht, dann frage ich mich, warum gerade KuchenTV im Titel und im Thumbnail steht. Ich denke... Weil es natürlich die meisten Klicks bringt, wenn man über KuchenTV negativ redet. Es ist ja... Das weiß man ja, ne? So. Das weiß ich besonders, ne Heike. Aber da merkt er jetzt selber, okay, wie ist ein Unge? Normalerweise würde ich sagen, ey, also selbst schuld, so oder so. Aber jetzt kritisiert der Unge Kuchen, aber hat er damals bei der ABK Sache nicht gemacht. Er kritisiert ihn. Guck mal, jetzt wirklich, Leute. Und das möchte ich das Thema nicht wieder groß machen, aber er kritisiert ihn, weil er auf TikTok live geht und Battles macht, ne? Also, so, live Matches. Aber, dass diese ganzen Sachen mit ABK waren, er juckt, nein. Er hat sich sogar noch mit Kuchen in Madeira hingesetzt, was hier in Ordnung ist, ne? Das ist sein Job. Kann man jetzt nichts sagen, im Endeffekt. Das ich auch nicht so cool finde. und hat auch noch mal über ABK schlecht geredet und meinte, schick mir bitte mein Geld zurück. Das hat er gemacht. In der Zeit, wo Kuchen damals ABK die ganze Zeit abgemahnt hat und ihn pleite machen wollte. Und jetzt reagiert er erst auf Kuchen, wo er schon in der Kritik steht und labert einfach über TikTok. Du wirst gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Du hättest die Sachen über mich auch einfach rausschneiden können, oder nicht? Weiter im Stream sagt er dann folgendes. Und dann macht er so, ich hab auch so positive Sachen gemacht, aber als ich mir den Kopf gegen Küchenland geschlagen hab, sorry, das darf man nicht kritisieren. Ei, 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 Kuchen, Bruder. Uff, ganz unangenehm. Das habe ich halt nie behauptet. Er lügt hier absichtlich, um auf meine Kritik nicht eingehen zu müssen. Das ist so armselig, Junge. Natürlich kannst du mich dafür kritisieren. Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Aber ich finde es schon komisch, dass du vor wenigen Monaten sagst, ja, ich will auf nichts mehr reagieren, was irgendwie mit... Was, wieso schauen wir uns den Jungen da rechts oben an? Einfach, damit ich weiß, wie stark, also, wie groß ich auf der Skala von 1 bis 10 ein Heuchler bin. Momentan ist es bei einer 9. Wenn er noch einmal sagt, dass ich ein Heuchler bin, ist es eine 10. KuchenTV zu tun hat. Du ja tatsächlich auf nichts mehr von mir reagierst, aber plötzlich mache ich wieder einen Fehler und man kann KuchenTV schlecht dastehen lassen, ist instant eine Reaction da. Mit Titel und Thumbnail, die alle auf mich bezogen sind. Obwohl es ja eigentlich auch um die anderen YouTuber geht. Aber bei positiven Videos, die ich gemacht habe, wie halt zum Beispiel Body Positivity, Casino oder die Uiguren, da wird gar nicht drauf reaktet. Positive Videos von KuchenTV werden komplett ignoriert. Aber wenn man draufhauen kann, dann ist der selbsternannte Gutmensch Unge natürlich direkt am Start und möchte anderen wieder schaden. Ich meine, das wären sogar alles Videos gewesen, wo deine Community was hätte mitnehmen können von mir. Aber natürlich wartet man lieber, dass ich einen Fehler mache und reagiert dann da drauf. Wenn ich gute Sachen mache, existiere ich für den Gutmenschen Unge nicht. Aber wenn ich mal irgendwie einen Fehltritt mache, ist er sofort... Unge ist ein Gutmensch. ... am Start und muss gegen mich schießen. Und das ist das, was ich kritisiere. Du verkaufst dich ständig als den sympathischen Gutmenschen, der keine Lust auf Beef oder sonst irgendwas hat. Obwohl du... Übrigens, ab jetzt bei Gutmensch kann ich auch einen Shot trinken, okay? Ich weiß, dass es noch ein paar Mal gesagt wird. Also zwei Shots bisher, zweimal Gutmensch. Von Heike auch nochmal Gutmensch, also dreimal Gutmensch. Aber das kommt gleich noch öfter. Äh, stimmt aber doch gar nicht. Unge hat damals gesagt, er reagiert nicht mehr auf Mimi. Ne? Hat er gesagt. Er meinte, ich will nichts mehr mit sowas zu tun haben. Ich reagiere nicht mehr drauf. Aber hat dann gemerkt, boah, die Klicks gehen runter. Seine Reichweite geht runter. Er wird irrelevant im Internet dadurch, wenn er nicht drauf reagiert. Und dann hat er doch wieder angefangen, darauf zu reagieren. Und sitzt da so, äh, wo halt, äh, da zum Beispiel Aperts, äh, anscheinend rau gelegt wurde. Und sagt nichts dazu. Kritisiert das nicht. Obwohl sie da irgendwie ohne Kopftuch gezeigt wurde. Bei ihm komplett scheißegal. So sitzt er ganz normal. So, so. Natürlich ist er Doppelmoral. Voll enttäuscht von dem. Wirklich. Ich hab den damals nicht so wahrgenommen. Aber ein Heuchler. Das ist alles so, leider. Hey, ich hab uns Familie kennengelernt. Also wirklich alles sehr, sehr nett und so. Aber ich fand ihn auch damals korrekt. Aber irgendwie, keine Ahnung. Hat sich auch negativ entwickelt bei ihm, ne? Sein Charakter. Warum auch immer. Stehe ich nicht. Wenn du der größte Heuchler in Deutschland bist. Sobald du anderen schaden kannst, bist du direkt am Start. Aber solche Leute unterstützen, auch wenn sie mal was Gutes machen. Ne, ich kenn die gar nicht. Und ich check das Ganze sowieso nicht. Ich mein, wir kennen uns privat. Ich war bei dir zu Besuch. Du hast mit meinem Sohn gechillt. Den auf den Arm. Ich hab nur, bei, bei, Heike hab ich so das Gefühl, dass jeder ein Heuchler ist, der nicht irgendwie in seine Bubble passt. Der irgendwie mal was Kritisches gesagt hat, äh, gegen die Bubble. Oder von, von irgendjemand, den er kennt. Das sind alles Heuchler. Ja. Ich bin ein Heuchler, weil ich schon mal was zu Heikel gemacht hab. Kaiser ist ein Heuchler, weil er schon mal was zu Heikel gemacht hat. Ähm, Unge ist ohnehin einfach ein absoluter Heuchler. Kure.TV ist eigentlich auch ein absoluter Heuchler. Einfach wegen der ABK-Thematik und so. Ähm, es sind alles Heuchler. Ja. Also egal wie, eigentlich im Prinzip sind alle Heuchler, außer die Familie von, von Heikel, die Familie von ABK. Abdel, Hishim, Apo Red und dann gibt's noch DeadSpeak hier und Yunus Amiri. Äh, der Rest ist Heuchler auf dieser Welt. Also alles, ihr seid Heuchler. Merkt euch das einfach, ihr dreckigen Heuchler. Was hab ich dir getan, dass du mir so einen Hass entgegenbringst? Was ich ebenfalls sehr weird finde, ist das, was ElloTrix im Stream dazu gesagt hat. Und zwar folgendes. Ja, ihr wisst ja, Chad, dass ich trotzdem noch KuchenTV gern geschaut hab. Auch nach seinen ganzen Skandalen. Ich hab dann seine Videos immer noch geschaut, ohne, äh, zu liken. ElloTrix, immer gern gemocht. Auf Twitch hab ich ihn schon lange entfolgt. Auf Twitter auch. Und als ich das Video, ich glaub, ich hab's Sonntag gesehen oder Samstag, hab ich ihn, äh, endgültig auf YouTube entfolgt. Erstmal, er hat ihm entfolgt, weil er bei TikTok Battle mitgemacht hat. Aber läuft die ganze Zeit Montana Black hinterher und heult ihm nach, dass er keinen Kontakt zu ihm will. Und sagt, Montana Black hat mich in deiner feuren Zeit hängen lassen, weil wir nichts zu tun haben. Aber jetzt, weil... Hab ich gar keine Ahnung. Wobei Kuchen Live-Matches gemacht hat. Mit dem Menschen will ich nichts mehr zu tun haben. Also das war's für mich komplett. Ey, Bruder, das sind solche ekelhaften Heuchler. Baaah. Baaah, Alter. Also wirklich, wenn die wirklich privat auch so... Also reicht ja schon, dass die öffentlich so reden. Wie oft wollen wir denn heute noch Heuchler hören? Also ich hab jetzt in dieser Reaction 20 Mal locker Heuchler gehört. Aber wenn die wirklich so drauf sind, Alter, dann will ich ja lieber gehatet werden und von niemandem gemocht werden im Internet. Finde ich es sehr anmaßend zu sagen, boah, wie kannst du denn mit denen sowas machen? Ja, Bro, mit wem denn sonst? Es will ja keiner mit mir irgendwie Videos drehen oder Livestreams machen oder sonst irgendwas, weil ich von den Leuten komplett geblacklistet beziehungsweise nicht wahrgenommen werde. Natürlich ist es dann eine Überlegung, vielleicht mit denen mal irgendwas auszuprobieren, um vielleicht zu gucken, was machen die so, wie läuft das? Weil ich ja sonst gar keine Möglichkeit habe, mich mit anderen Influencern zu connecten. Noch wütender macht mich aber tatsächlich die Aussage, ich habe ihn jetzt entfaltet, ich kann ihn nicht mehr ernst nehmen. T-Tag hat das in seinem Video schon sehr gut zusammengetragen. Genau das, was Jonas da sagt, kann man auch auf KuchenTV anwenden. T-Tag übrigens, du bist doch Heuchler. Ich warte nur drauf, dass Heike sagt, anhand seiner Art, wie er spricht, das ist ein Heuchler. Nur weil er Leute kritisiert, heißt es ja nicht, dass er 100% fehlerfrei sein muss. Bitte, dieser T-Tag, Alter. Er versucht auch, überall zu lutschen, um irgendwie hochzukommen. Er hat es nicht gesagt, doch man, ich dachte, er sagt es jetzt. Das wäre ein perfekter Moment gewesen, um ihn als Heuchler zu bezeichnen. Er hat mittlerweile öfter schon Einsicht gezeigt und macht das ja auch schon seit Wochen nicht mehr. Komm schon, Heikel, mach doch jetzt. Dann geht doch jetzt endlich Heuchler. Also wirklich erzählen, dass es für dich in Ordnung war, dass ich über tote Verwandten Witze mache, dass ich das Thema häusliche G***** absolut ekelhaft ins Lächerliche ziehe. Aber bei einem so einem Livestream, was ich ja gar nicht aktiv führe und wo ich auch selber sage, dass das falsch war, boah, nee, Digga, das kann ich jetzt überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Das Lustige ist, dass er mir bei dem Thema plötzlich privat schreiben kann, was denn da eigentlich los ist. Denkt ihr, der hat sich sonst irgendwann mal gemeldet, nach meinem Skandal, nach guten Videos, die ich gemacht habe oder generell einfach mal nachgefragt, was bei mir so läuft oder sonst irgendwas. Nein, natürlich nicht. Aber wenn man einen Fehltritt macht, dann plötzlich kann man natürlich am Start sein und sich dann doch auf einmal privat melden. Warum auch immer so. Dann melde dich doch gar nicht, wenn du es sowieso auch sonst nie machst. Und wenn du mich doch so krass gefeiert hast, warum kam dann von dir nie irgendwie mal ein, hey Leute, wir reagieren heute auf KurenTV. Ich weiß, der wird von 4 nicht mehr so gemocht, aber der macht immer noch korrekte Videos. Gehen wir mal direkt rein hier. Ich habe schon vor Wochen Videos gemacht, dass mein YouTube-Kanal nicht läuft. dass YouTube alles gelb scheidet. Und wenn du mich so gefeiert hast, dann gehe ich davon aus, dass du das gesehen hast. Warum hast du mich da nicht angeschrieben und mal gesagt, hey Bro, tut mir leid. Aber guck mal, deshalb habe ich ja auch letztens gesagt, mag ich die, also diese Gruppe von Sidney und Ellie Geller. So. Die haben, die machen zwar keine politischen Aussagen, aber die haben gar nichts mit diesen komischen Sachen zu tun, was so Unge, Elotrick und die ganzen anderen machen. So diese komischen Spielchen und so. Die ziehen ihr Ding durch. Die machen das auch erfolgreich und sehr, sehr gut und fertig. Es ist aber gut, dass Heike sich nicht an dem inspirieren lässt, sondern lieber das schmutzige Spiel mitspielt, weil er genauso auf sämtliche kritische Dinge reactet, Hauptsache, um irgendwie ein bisschen Reichweite dadurch zu bekommen. Also, mal vielleicht an die eigene Nase fassen, wenn du es doch so toll findest, was Sidney, was Elias und so weiter macht. Vielleicht wäre es cool, ebenfalls sowas zu machen. Ja, dann macht dich interessant und die Leute interessieren sich um dich und du musst nicht in diese komische Heuchler-Bubble reinreacten. Weißt du, was ich meine? So, weißt du, du magst eigentlich Kuchen.TV nicht. Du magst mich nicht, du magst Kaiser nicht. Und auf was reagierst du? Gerade auf Kuchen.TV, wo du ganz genau weißt, es geht um mich, es geht um viele andere, aber du hältst genau mit rein. So, dann sei doch Vorbild. Du widersprichst dir doch damit selbst. Wenn du sagst, ja, also deswegen, ja, die kann ich ernst nehmen. Der Rest ist, es sind halt so Heuchler, weil die machen das dreckige Spiel. Du machst genau das dreckige Spiel. So, aber die siehst du nicht hüppeln. Vielleicht, dass YouTube überhaupt nicht mehr läuft. So, ich hoffe, das regelt sich. Sowas ist halt einfach heuchlerisch. Burning, nein, nein, das ist doch kein Frontend. Ja, finde ich gut, dass die ihren Kreis klein halten. Deshalb sind die auch sehr erfolgreich. Die sind eine Einheit, weißt du? Die machen nicht dieses, ich mache mit dem Video, ah, jetzt muss ich ihn kritisieren, ah, ich mache mit dem Video. So, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Kritikvideo von denen gesehen. So, ich habe sie jetzt nicht verfolgt, aber man hat nie irgendwas mitbekommen. Ist die Kritik an dem Livestream gerechtfert? Vielleicht weiß auch gar nichts, was mit dem Content zu tun hat. Hey Kaiser, vielen, vielen lieben Dank für den Rate. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Ich habe vorhin kurzem reingeschaut. Aber dann musste ich selber hier vielmals. Oder ich danke dir vielmals. Wir gucken uns hier gerade an, was für große Heuchler wir alles sind. Vor allem Kaiser ist ein großer Heuchler. Wissen viele nicht, aber Kaiser ist wirklich ein ganz schöner Heuchler. Ja, muss man tatsächlich sagen, es ist nun mal einfach so. Es war auf jeden Fall nicht cool, was ich da abgezogen habe, beziehungsweise kann ich die Leute verstehen, dass die sagen, dass es halt absolut unter meinem Niveau ist. Vor allem, dass ich das mit solchen Leuten mache. Und ja, die Bestrafungen waren auch sehr weird, das muss man schon sagen. Mich persönlich stört das zwar nicht, aber ja, ich kann verstehen, dass man das auf jeden Fall peinlich findet. Trotzdem muss ich einfach sagen, Bestrafungen waren peinlich, aber Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Die habe ich wirklich. Ich danke dir für den Sub. Shitoru, vielen, vielen lieben Dank. Das beinhaltet halt TikTok. TikTok besteht einfach nur aus Cringe, überwiegend. Ja, da geht das dann. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Danke auch für die Follows, Leute. ganz viel Liebe. Ich habe mir alle Spiegel vorgehalten. Da sieht er mal, wie das ist, wenn man Leuten gegenüber nicht loyal ist, was dann am Ende dabei rauskommt. Jetzt sieht er ja, wie alle hinterhältig sind und Elotricks ihn komplett, sogar auf YouTube ist er ihm entfolgt. Nachdem er das gesehen hat mit den Live-Matches. Oh mein Gott. Was YouTube da einfach mehr draus macht, als es ist. Ich meine, es waren zwei Livestreams vor drei Wochen, die ich nicht mal mehr aktiv mache. Und plötzlich kennt mich wieder jeder Reaction-Streamer, kann mich in Titel, Thumbnail packen, einfach nur, um mich runterzudrücken. Sowas finde ich einfach absolut übertrieben. Vor allem mit dem Wissen, dass ich ja sonst für diese Leute gar nicht existiere und die gar kein Wort mehr über mich verlieren. Aber bei was Negativen kann man plötzlich wieder draufhauen. Man muss ja einfach sagen, dass ABK damit recht hat, dass die meisten YouTuber einfach absolute Heuchler sind. Wenn bei dir läuft, dann sind alle sofort am Start. Guck mal Leute, das habe ich ABK schon damals gesagt. Als es bei ABK so ging, ne, wirklich so, der hat ja, ABK hat ja wirklich eine Zeit lang durchgehend, glaube ich, auf fast jedes Video eine Million Klicks gehabt. Hm. So, ne, gefühlt. Und da kam jeder an. Jeder aus der Ecke. Unge, Monte, Inscope, Tim Gabel, unsympathisch. Einfach jeden, den er so kennt, ne, jeder, der so groß ist. Zurzeit war, glaube ich, Trimax noch gar nicht groß. Jeder kam an, wollte mit ihm cool sein, fand seine Videos lustig, hat gerne auf ihn reacted. Oh mein Gott, voll der Sympathische, voll der Coole. Ja. Und dann auf einmal, so, haben die gesehen, okay, aber die mochten ihn anscheinend nicht wirklich, ne. Wo anscheinend kam es nicht von Herzen. Und dann auf einmal so, hat es angefangen, gegen ihn zu schießen. So sind die halt, ne. Wenn du so ein, nein, das ist eine ganz andere Situation gewesen. Also ich erinnere mich selbst noch, weil ich auch sehr, sehr gerne ABK geschaut habe. Und, äh, wirklich, ich habe die Videos echt gemocht. Ich habe die Videos zu, zu Ali Hakim, zu Yunus Amiri und so, zu dieser Zeit, das ist drei Jahre her oder so, habe ich die Videos echt gefeiert. Ich fand es richtig gut, ja, wie ABK die Videos gemacht hat. Das war auch auf Lachkick-Basis. Das war nicht so übel ernst. Und es war auch auf Lachkick-Basis. Man konnte einfach drüber lachen. Und er hat die halt so, in, in seinem Stil hops genommen, ne. Das war einfach gut gemacht. Wirklich lustig. Übel befreit. Ey, ich habe mir das angeguckt, während ich das nicht gegessen habe. Das war einfach lustig. Aber mit der Zeit, wo es immer ernster und ernster und irgendwann war bloß noch Tunnelblick, Hauptsache, draufhauen, draufhauen. Irgendwann war es nicht mehr lustig. Und irgendwann war die Argumentation auch nicht mehr gut. Sondern, die war einfach nur noch festgefahren. Und deswegen hat man auch gemerkt, nee, ist nichts mehr für einen. So, und deswegen hat sich das auch geändert für ganz, ganz viele, weil die auch gemerkt haben, ey, die Entwicklung war jetzt nicht unbedingt positiv. Zumindest jetzt im Laufe des, im Laufe des letzten Jahres, sage ich mal. Aufstieg hast, denken die sich, boah, wenn ich mich jetzt nicht mit ihm gut stelle, könnte es sein, dass ich auch... Also seitdem das losging mit, ja, hier, Mainstream-Youtuber, das sind alles, alles ekelhafte Mainstream-Youtuber und so, also seitdem dieses Denken ist, ja, dass jeder, der auch nur ansatzweise mal im Mainstream war oder Mainstream ist, ist ein Heuchler und ekelhaft und so und gehört gelöscht, so gefühlt, und da nur die Negativität hochgezogen wurde, seitdem guckt man sich das dann nicht mehr so gern an, beziehungsweise ich habe es mir dann auch nicht mehr so gern angeguckt. ...opfer davon werde. Kieskauer, grüß dich. Deshalb stelle ich mich gut mit ihm, nimm das mit und dann, wenn ich sehe, okay, diese Hype-Phase ist ja vorbei, die geht ja eigentlich meistens bei jedem vorbei, es bleibt einfach stabil, so, ne? Jetzt kann ich gegen ihn schießen und versuchen, das Flugzeug runterzudrücken. ...die folgen dir, wollen Kontakt mit dir, drehen Videos, aber machst du mal einen Fehler und stehst negativ da, kennen die dich nicht mehr, außer du machst noch mehr Fehler, dann gehen die natürlich... Ich bin der Einzige, bei dem etwas von Herzen kommt, merkt euch das. Wirklich der Einzige. ...wieder drauf ein, weil die Klicks nimmt man natürlich mit und Leute runterdrücken, ist immer cool. Ich meine, wenn das nicht so ist, dann müsste jetzt jeder Streamer, der auf das Alpha Kevin Video reagiert hat, auch hier drauf reagieren, um mir die Chance zu geben, mich auch dazu zu äußern, beziehungsweise meinen Standpunkt der Community näher zu bringen. Ich kann euch aber sagen, dass keiner außer Alpha Kevin darauf reagieren wird, da bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, habe ich die Kritik ja schon eingesehen, bevor die Kritik gekommen... Ich glaube, da hat er sogar recht. Ich glaube, bis jetzt hat noch niemand darauf reaktet, außer ich. ...denn, ich mache diese Livestreams nicht mehr. Und, und, Küsse hat auch darauf reagiert. Habe ich auch nicht vor, ich will da einfach normalen Kontrollen. Ja, was kann ich abschließend dazu sagen? Kleiner Reminder, Kommentare, die ganz klar Rufmord betreiben, die Sachen aus dem Kontext reißen oder wo einfach Lügen drin sind, werden von mir gesperrt. Ansonsten sind andere Meinungen und Kritik gerne erwünscht. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks. Ja. War es Rizzo auch? Tanzverbot? Ja stimmt, Tanzverbot auch. Das habe ich auch gesehen. Küsse? Äh, Rizzo? Habe ich nicht mitbekommen, dass Rizzo das angeguckt hat. Okay. Ja, aber Rizzo hat abgebrochen. Ja, aber das sind alles Leute, die damit ja gar nichts weiter zu tun hatten. Also es geht ja eigentlich darum, Unge, wer wollte denn noch mit kritisieren? Wobei Rizzo kam als Screenshot mal mit drin vor. Ich glaube, Unge oder Elotrix oder so. Ich weiß nicht, warum Rizzo abgebrochen hat. Das hört mich mal interessieren. Habe ich keine Ahnung. Gut zusammengefasst, ne? Gut zusammengefasst. Bis dann. Ja. Gut zusammengefasst, ne? Kann der Kuchen singen? was passiert. Wo ich an der Stelle sagen, ähm, war ein unfassbar stabiles Video von, von Heike. Also wirklich auch null heuchlerisch oder so. Okay. Also, kommt auch gut an bei ihm, ne? Will ich jetzt auch gar nicht, ähm, gar nicht absprechen. Er hat ja auch Leute, die so denken wie er. Aber ja, war, war wirklich, war wirklich stark und hat mich jetzt auch sehr zum Nachdenken angeregt, dass ich mich dann doch zu einem nicht Heuchler entwickel, ja? Ja. Und dann. Vielen Dank.